Weißt du? Wo du dann wieder zu den Bots gehst und einfach nur denkst RUSSIA NAAAAAAA Du hast aber kein Problem damit, dass ich das jetzt aufnehme Aber ich will einfach so immer was haben Jedes Mal, wenn wir zocken, einfach aufnehmen Ist mir egal, ob wir gut sind oder scheiße sind Das ist mir Ratte wie Honig Na gut, weil ich hatte nämlich vorhin ne Match mit Froschi Da kam der eine Typ mir wirklich so vor, als ob er ein Wallhacker ist, alter Guckt die ganze Zeit gegen die Wand zu ihm, weißt du? Und dann... Ich muss den nehmen, weil uns bringen einfach die Westen was Die hat einen Schalldämpfer drauf, die nehm ich Frost Ist das immer noch der gleiche? Das sind immer noch die gleichen, wie geil, das könnte sogar richtig nice werden Hm, deswegen ja Ich nehm extra Rook, damit wir Westen haben Jaja Damit wir länger durchhalten Und ich nehm extra Mute, damit kein Arsch uns sieht Ja Und du musst die Mute-Mission erfüllen Ne, die hab ich ja schon erfüllt Ich brauch jetzt noch einen Jäger und ich weiß aber nicht welcher Charakter der Jäger ist Jäger, das ist einer der gelben Du bist der der die äh Granatendinger aufstellen kann Achja, oh ne, ach den mag ich überhaupt nicht Ist der da noch platziert? Mag das Boot überhaupt nicht Ich auch nicht, aber ist eben halt ne neue Map, was willst du da warten? Bei mir, bei mir hockt grad irgendwie Türbarrikade errichtet Die Musik Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden Scheiße, da ist eine durchgekommen Ja, ich weiß ja nicht mehr, wo es zu unserem Behälter geht Lasse Beschützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis Mega willkommen zum Haus Ich hab ja noch ein Schild, ne? Ich hab ja noch ein Schild, ne? Ich hab ja noch hier noch eins hin für dich Warte nicht Könnt man denn noch so ein Ding hinpacken? allgemein nur das ding ist also wir müssen genau hier das ding beschützen ja das ist doch hier irgendwo oder ich merke schon was wurde aufgesprengt sagt mir wenn er durch die tür kommt ich habe da nie platziert ich komme schon oben einer von uns liegt am boden den kann ich nicht helfen wo liegt er liegt oben warum geht man noch da hoch dann hat er pech gehabt kann in der leider gottes nicht helfen ja jetzt ist er da und jetzt haben ihn gefunden bei mir an der tier sind gerade welche ich weiß aber nicht wie viele ich hoffe dass wenn sie durchbrechen ich habe den nicht gesehen und er hat mir näher gedrückt ich würde gerne einfach wissen wo die sind ich habe mich einfach nur blöd ich habe immer das glück dass ich die sniper visiere in die fresse bekomme ich weiß was du meinst die typen die einfach mit dem sniper visier in die ecke kommen den spalt von denen siehst du die den hater zicken und du denkst du denkst so gott ok good job er hat blitz jetzt machst du views ja ja jetzt habe ich meine motor mission erfüllt jetzt will ich auch wieder was tun weil mit motor kann man nichts machen ich kann mit dem affa nicht umgehen der bio gefahrgut behälter muss jetzt lokalisiert werden gut im keller sind sie schon mal nicht gut im keller sind sie schon mal nicht ja auch als über uns naja ok sehr schön der bio gefahrgut behälter wurde lokalisiert wie noch so sagt so sehr schön noch 10 sekunden die gegnerteam sind auch wieder plus 4 ein dog, ein wook, ein puls und noch einer von den neuen ein lokalisierter stock was kann die eigentlich die neue kann ich nicht sagen ich weiß nur einer von denen kann bärenfallen aufstellen dann glaube ich mal bärenfallen aufstellen ich glaube mal das ist der verteidiger ach denn da oben ist eine kamera irgendwo warte da vorne ist sie hast du ja ja geh jetzt woanders lang ne einfach als prinzip mach das was ich versuche es ist der hülle zwar aber die 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 Hallo? Einer ist bei mir, der letzte ist bei mir, der hat mich gerade mit seiner scheiß Schrotflinte weg genutzt. Wo ist der letzte? Der war gerade noch bei mir oben vorne im Steuerpult, aber du müsst jetzt zu euch kommen. Einfach sichern. Ja, ich habe viel gemacht. Meine Punkte habe ich nur erfarmte Kameras ausschalten. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe jede einzelne Kamera, die mich bewegt hat. Ich glaube, insgesamt waren es drei Stück ausgeschaltet. Und wieder verteidigen. Ich muss wieder Rook nehmen. Für die MP, weil mit der P90 kann ich nichts. Dann nehme ich diesmal einen Dock. Obwohl. Der bringt nur dir was, dass du dir aufhelfen kannst. Ich nehme lieber den, ja. Deswegen nimmt den Dock eigentlich keiner, weil du bist im Multiplayer einfach instant tot. Das ist leider so. Na, manchmal hast du Glück. Wenn du alleine bist, dann... Ja, aber dann schießen die sofort weiter auf dich. Wenn die das sehen, dann bist du... Wenn die sehen, die haben keinen Kill bekommen, dann schießen die immer weiter. Ja, das kommt allerdings. Ich muss erstmal gucken, wo... Jo, die sind schon da. Ja, ich halte gerade inne, äh, hinsetzen. Willst du mich verarschen? Gott, Alter, ich habe mich gerade gefühlt wie so ein Bot. Äh, du weißt schon, wenn du die hinsetzt, musst du die auch an die Tür setzen, ne? Ich, ich bin gerade zu einer Tür gerannt. Ich wusste nicht, dass hier von Orenne ist. Nein, ich meine den hier hinten. Ja, da hebt, da wolle... Wo du stehst du? Der steht ja hier mitten in dem Raum, der hat gar kein Haus. Weil, weißt du warum? Ne. Weil genau in dem Moment kam er ins Vogel gesprungen. Da habe ich aus Reflex den Knopf gedrückt. Good job. Hock mich jetzt an. Ah, hier in die Ecke kann ich mich gar nicht setzen. In welcher Ecke hocke ich mich? Fack, die können hier von oben kommen. Ist nicht schlimm. Kann ich den Armait haben? Okay. Fuck. Mit deinen scheiß Bomben. Da treu ich mich gar nicht, mich hinzustellen, Alter. Das war klar. Der Schild hat mich gerettet. Ja, unser Typ da oben ist 30 am Verrecken. Ja, ich... Ich sehe es schon. Ich bin auch kurz vorm Stern. Nur noch ein Gegner übrig. Nice. Der ist mir vor der Flinte gelaufen. Ich kann nicht dafür. Fuck, er hat mich. We're down. Down. Ist er oben? Ja, ja, der ist oben. Schon wieder dieser Elimuth-Ramenbuch. Äh... Ja! Der dreht sich zu mir, gibt mir einfach einen Instant-Header. Der Typ ist nicht normal, ne? Nicht der Ray-Rush, sondern der andere. Der get-checkt? Ja. Der Typ, der sieht mich und ich bin einfach instant tot, obwohl ich ihn vorher gesehen habe. Und er hat nicht auf mich geschossen. Das ist das, was mich noch mehr daran abfragt. Er hat einfach nicht auf mich geschossen. Mhm. Na, bei mir war es so, ich habe ein paar Mal geschossen, der hat er auf mich gezielt. Und dann... Ja, dieser get-checkt? Naja, ich wünschte... Ich wünschte wirklich, es gibt sowas wie ein Report-Button. Aber das Einzige, was du machen kannst, ist... Den so ein Dings angucken, alter. Was haben die gerade geschrieben? Das war Lucky. Ah, okay. Ja, wo sowas von. Mhm. Boah, ein guter Spray. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Ich finde es schön, dass die Dinger auf dem Schiff spawnen. Mal so, mal so. Scheiße. Ich habe auf jeden Fall oben. Ja, genau. Ah, ich habe das Ziel gefunden. Nice. Danach hat er mich gleich erledigt. Ach Gott, die ist ganz, ganz oben. Ja. Ganz, ganz oben habe ich noch nie gekämpft. Ich weiß nicht mehr, wie die... Ah doch, hier sind wir, okay. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Flügefahrgutbehälter und die sind sicher. Ach, ich will... Wo laufen wir denn lang? Ich will nach oben. Elektroniskanner aktiviert. Wenn es eine Batterie hat, dann finde ich es. Okay, wir haben eine IQ. Das ist ja nicht mehr. Du. Dann bin ich nicht mehr. Ich will nach oben. Ich will nach oben. Okay, auf jeden Fall liegt ein Dock schon mal gleich da. Ist irgendwo eine Kamera. Alter, ich hab noch 3 HP. Fug, Alter. Hier ist irgendwo eine Kamera, Leute. Aus auf den Sprengbereich! Nein! Ich hab schon wieder dieser, äh, Duck Cruise. Get way, äh, getrackt meinst du? Ne, diesmal war es da Cruise. Den Typen krieg ich auch nicht down. Den bist aber fast down sind. Ja, ich hab den noch mal einen Schuss getrackt. Alter! Alter! Der Typ ist hart, unser Relish. Hm. Man kann sagen, der spielt ja schon ein bisschen länger. Ich find's aber nice, dass man in letzter Zeit, auch wenn wir jetzt nicht grad die Besten sind im Team, auch wie kriegen wir jetzt ein bisschen was hin? Ja, ich hab schon wieder meine Aufgabe erfüllt. Gewinne 3. Ja, Mann. Cola, cola, cola. Hm, denk ich mir auch, Alter. 284 EP. Äh, EP. Ansehen. Und dann nochmal 3000 EXP, Alter. Alter, ich hatte grad so ein Lag. Warte mal, warte mal, wer schreibt denn hier? Keine Ahnung, wer hier schreibt. Ne, bei mir hat jemand... Aaaaahhhh. Alt... F2... Ne, Shift F2. Äh, eine neue Nachricht. Berser. Brauchst du noch jemanden zum Mitspielen? Ja, ja, komm raus hier. Raus, 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 raus. Hm. Wenn du rausgehst, geh ich auch automatisch mit raus.